Willkommen in der deutschen Community von money.com. Stellen Sie sich Ihren Arbeitsplatz als eine beschäftigte Stadt voller Aufgaben, Projekte und Ideen vor. Mit money.com haben Sie die Kontrolle darüber, wer Zugang zu verschiedenen Teilen Ihrer Stadt hat. Sehen wir uns an, wie Bordberechtigungen Ihnen bei der Verwaltung Ihrer money.com-Boards helfen. Beispielsweise benötigen Ihre Projektmanager möglicherweise Zugriff auf alle Elemente auf Ihren Boards, um alle Vorgänge zu überwachen. Ihren Teammitgliedern hingegen kann nur Zugriff auf bestimmte Elemente gewährt werden, an denen Sie aktiv arbeiten. Um auf die Bordberechtigungen zuzugreifen, klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie dann Bordberechtigungen aus. Jetzt mit dem neuen Erscheinungsbild von den Bordberechtigungen zeigt die Checkliste mit der Zusammenfassung der Berechtigungen auf der rechten Seite genau an, was ein Nicht-Board-Inhaber auf einem bestimmten Board tun oder sehen darf und was nicht. Mit den Anzeigeberechtigungen haben wir Benutzer des Pro-Plans die Möglichkeit, alle Elemente auf den Boards anzuzeigen. Für Benutzer des Enterprise-Plans steht die Möglichkeit zur Verfügung, nur Elemente anzuzeigen, die Benutzern zugewiesen oder von Ihnen erstellt wurden. Wenn Sie eine der Bearbeitungsberechtigungen unten auswählen, erhalten Sie in der Berechtigungszusammenfassung auf der linken Seite einen Einblick in die Dinge, die angezeigt, hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden können. Die Berechtigung Bearbeiten durch Beauftragten wurde mit einem eleganten Entscheidungsbild neu gestaltet und bietet Klarheit bei den Schritten des Bordeigentümeres zum Konfigurieren der Beauftragten spalten. Es wird zwischen den Beauftragten für Bearbeiten nach Element und Bearbeiten nach Unterelement unterschieden. Nachdem Sie die gesamten Einstellungen der Bordberechtigungen bearbeitet haben, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche Speichern. Mit Bordberechtigungen können Sie sicher sein, dass vertrauliche Informationen nur denjenigen zugänglich sind, die Sie wirklich benötigen. Schließen Sie sich den Millionen an, die mit Monday.com bereits Ihren Workflow revolutionieren. Wir sind Mindflows, ein zertifizierter Partner von Monday.com.